Hallo Leute und herzlich willkommen zum Diablo 3 Let's Play. Ich spiele mit dem Barbaren und ich zeige euch gleich meinen Charakter. Ich spiele den Wirbelwind Ödlandes Set, bin aber ein ziemlicher Anfänger und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich spiele den Wirbel, die wir hier sehen. Seid ihr bereit? Dann beginnt! Dann beginnt! Ich brauche eine Zeit. Ich brauche Hilfe. Noch nicht bereit. Habt ihr schon Angst? Ich brauche mich. Ich habe keine Chance. Das geht noch nicht. Vulcatus! Noch nicht bereit. Ich brauche Milo. Ich bin schwer verletzt. Ich brauche mehr Zeit. Ich wurde getroffen. Das geht noch nicht. Das geht noch nicht. Das ist besser. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ich brauche mehr Zeit Der Portalwächter hat euch aufgeschrieben Das geht noch nicht Noch nicht bereit Ich kehre in die Stadt zurück Wird unser Freund hier denn nie müde? Seit dem Augenblick, an dem ich ihn zum ersten Mal sah, hat er so gut wie kein Auge zugetan Nun wisst ihr, warum Engel und Dämonen sich vor den Nephilim fürchten, Lorat Was ist das? Was ist das? Ein guter Kampf Nicht so schüchtern Bis bald Das ist zu teuer Was ist das? Vielen Dank. Ein würdiges Objekt. Übersteht die Herausforderungen hinter den Portalen und ihr werdet reich belohnt. Das geht noch nicht. Das geht noch nicht. Euer Fleisch ist schwach. Ich brauche mehr Zeit. Das geht noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich muss mich erholen. Ich bin verletzt. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Das geht noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Das war's für heute. Ich wurde getroffen. Du Sparauke. Das geht noch nicht. Ich bin verletzt. Ihr Portalwächter hat euch. Ich bin schwer verletzt. Ich kehre in die Stadt zurück. Ich bin schwer verletzt. Ich bin schwer verletzt. Ich bin schwer verletzt. Welch eine tapfere Seele. Kommt bald wieder. Das ist zu teuer. Seid ihr bereit? Dann beginnt eure Prüfung. Ich bin schwer verletzt. Ich bin schwer verletzt. Fulcatus, rührt meine Hand! Ich bin schwer verletzt! Ich bin geil! Fulcatus, rührt meine Hand! Fulcatus, rührt meine Hand! Ich brauche Hilfe! Ich bin geil! Fulcatus, rührt meine Hand! 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 Ich muss zurückkehren. 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 Das war's. 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 Das war's.